So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramzes, der Dicke, eine neue Infofolge, denn die Sinotour für das Jahr 2024 wurde ja auch angekündigt. Ich wollte erst eigentlich heute was ganz anderes machen, aber ich denke, komm, es sind noch 80 Tage Zeit, hau es jetzt schon mal ein Video raus. In ein paar Tagen weiß eh keiner mehr, um was es überhaupt ging und was los ist, aber den Spaß können wir uns machen. Wir können es ja wie Schilling machen, dann das gleiche Thema noch dreimal hochladen und dann immer wieder zum Auffrischen, dass ihr auch nichts verpasst. Ja, hier ist ein Counter auf der Pokemon-Go-Live.com-Seite bei der Go-Tour, 79 Tage, 4 Stunden, 30 Sekunden. Das ist aber direkt der Counter für Los Angeles, denn da wird es wieder ein Vor-Ort-Event geben mit Ticket. Diese Tickets kann man auch wieder verschenken. Ich appelliere an jeden Freund in meiner Liste, nein danke, ich weiß, ihr meint es gut, ich weiß bei Tickets, ihr seid sehr spendabel. Gefühlt immer, wenn irgendein Ticket irgendwo erhältlich ist, kommt jemand aus meiner Liste und schenkt mir das. Beim Main-Account hätte ich mich immer drüber gefreut, weil beim Main-Account wollte ich alles komplett mitnehmen. Der Habanero-Account ist ein Free-to-Play-Account, der braucht das nicht. Der braucht das nicht. Ich freue mich über C-Day-Tickets trotzdem, das finde ich cool, weil ich ja eh den C-Day spiele und das nebenbei mit abarbeiten kann. Oder wenn es irgendwelche kleinen Forschungen gibt, so zusätzlich bei einem Event, die man dann verfilmen kann, wenn das Ticket gegeben wird. Aber es gibt auch viele Tickets, die sind viel zu teuer, total unnötig und machen mir nur zusätzlichen Stress. Das braucht dann kein Mensch. Wenn jemand also mir jetzt ein Los Angeles-Ticket kaufen, schenken würde, ich könnte es eh nicht spielen. Ich würde es eh nicht spielen wollen, weil es nicht der Main ist. Spart euch das Geld, schenkt es an jemanden, wo ihr wisst, dass der da eh Bock drauf hat oder so. Ihr kennt euch das sicherlich aus. Ich will das auch nicht deaktivieren, die Tickets, weil dann kriege ich ja auch keine C-Day-Tickets mehr. Und die finde ich ja okay, sozusagen. Also, bitte nicht für die Los Angeles-Tour Ticket kaufen. Die kostet nämlich einiges. Das ganze Ding hier findet am 17. und 18. Februar in Kalifornien statt. Da gibt es ganz viel hier zu sehen. 9 bis 17 Uhr BSD, das kostet 25 US-Dollar, wenn man jetzt vorher kauft, statt 30. Aber was es in Los Angeles alles gibt, wollen wir uns gar nicht angucken. Es gibt nämlich auch zusätzlich das globale Event dazu. Da sieht es wieder anders aus. Los Angeles ist ein Vor-Ort-Event mit Ticket, was man im Normalfall mitnimmt beim Main-Account, wenn man gierig ist und den Hals nicht vollkriegt. Oder man spielt einfach das globale bisschen nebenbei und was man kriegt, kriegt man und was nicht, kriegt man nicht. Was gibt es denn aber beim globalen Event? Wir gucken jetzt mal hier rein. Pokémon Go Tour Sino Global. Das ist vom 24. bis zum 25. Februar, beziehungsweise halt jeweils von 10 bis 18 Uhr. Also am 24. Februar und am 25. Februar, immer von 10 bis 18 Uhr. Die zwei Tage könnt ihr euch schon jetzt mal eintragen im Kalender. Nehmt euch da nichts vor. Macht halt da einen Pokémon-Tag sozusagen. Nutzt das. Geht mit Millionen von Trainern auf der ganzen Welt auf eine Reise durch Raum und Zeit. Erkundet die Sino-Region mit euren Freunden. Fangt Pokémon, deckt legendäre Geheimnisse auf und verbringt eine tolle Zeit mit der Pokémon Go Community. Ihr benötigt kein Ticket, um an der Pokémon Go Tour Sino global teilzunehmen. Ganz egal, ob ihr langjährige Fans von Diamant und Perl oder neu bei Pokémon Go seid. Jeder kann kostenlos bei diesem spannenden Sino-Abenteuer mitmachen. Das finde ich gut. Sonst gab es ja auch globale Sachen, wo man ein Ticket erwerben konnte. Aber gerade diese Go-Touren könnt ihr einfach so. Da kann man da jetzt wieder keinen Vorwurf machen, muss man sagen. Von wegen, die sind so geldgeil. Jeder hätte sich Ticket gekauft für die Tage für erhöhte Shiny-Raten und für mehr Spawns und für anderes Zeug. Aber an diesen beiden Tagen kostenlos für jeden, egal wo ihr spielt auf der Welt, könnt ihr das nutzen. Team Go Rocket hat eine Mission und braucht eure Hilfe. Werdet ihr Team Go Rocket zur Hilfe eilen, wenn es in Schwierigkeiten steckt. Trainer auf der ganzen Welt können während der Pokémon Go Tour Sino global an einer exklusiven Spezialforschung teilnehmen. Krypto Dialga? Krypto Palkia? Irgendwas mit Sino muss ja da drin sein. Was gibt es noch für Pokémon da drin? Gehören die überhaupt zu Sino? Ich habe keine Ahnung. Das verwirrt mich schon wieder komplett. Event-Gameplay haben wir hier ein Feld, wo wir rüber huschen können. Das sehen wir Shaman. Shaman? Ich weiß jetzt gar nicht, hat der Habanero schon ein Shaman? Das war glaube ich das Erste, was ich bei dem Free-to-Play-Account mir holen konnte. Neue Meisterwerk-Forschung. Empfindet ihr Dankbarkeit? Ticket-Inhaber in Los Angeles können sich auf eine Meisterwerk-Forschung gefasst machen, bei der eine Begegnung mit Schillern und Shaman als Belohnung wirkt. Schillernd gab es ja noch nicht. Ab jetzt sind die Tickets für die Forschung, bei der ihr dem Shiny begegnen könnt, auf der ganzen Welt erhältlich. Die globale Meisterwerk-Forschung wird anspruchsvoller sein, als ihr Pendant in Los Angeles bleibt dran, um mehr darüber zu erfahren. Das heißt, die Ticket-Inhaber in Los Angeles haben gefühlt also eine Seite, wo dort steht, fang drei Pokémon, dann kriegen die das Shiny. Ihr kriegt dann zehn Seiten, wo dort steht, fang eine Million Pokémon, drehe eine Million Pokestops, verschickt zwei Millionen Shinies oder sowas, total übertrieben. Dann kriegt ihr da aber auch was. Aber trotzdem ja kostenlos. Und ich mag das eigentlich, wenn ihr was habt, wo ihr länger ein bisschen was dran machen könnt. Das ist einfach irgendwie spaßiger, als wenn ihr halt einfach nur eine Seite, die sich von einer Stunde klickern, alleine ausgefüllt habt. Auf der nächsten Seite sehen wir hier Diamant oder Perl. Werdet ihr die Unendlichkeit des Raumes und die Macht der Zeit erforschen? Ihr könnt zwischen der Diamant- und Perledition auswählen, was darüber entscheidet, welche Belohnungen und Boni euch erwarten. Die Edition, die ihr bei der GoTour Sino auswählt, bestimmt auch beim globalen Event am folgenden Wochenende euer Team. Ich sehe hier, das ist ja, was haben wir denn damals gemacht? Als wir Diamant oder Perl gespielt haben. Ich habe mich ja für Perle entschieden. Diamant, ich finde zwar Dialga, finde ich irgendwie cooler. Habe ich in der Meisterliga immer genutzt auf dem Main-Account. Ich habe mir, als diese Remakes, diese Spiele rauskamen, trotzdem das Perle geholt. Mir hat das Cover einfach besser gefallen. Und ich muss auch hier wieder sagen, mir gefällt einfach rechts die Medaille besser als links die. Links sagen die Leute, wieso, ist blau, ist stark, ist mächtig, ist brutal. Und rechts ist da einfach so ein rosa Furz, der da so steht. Aber irgendwie gefällt mir die Farbe. Ich weiß nicht, warum, mir gefällt die Farbe. Bei Karmesin und Purpur, da war ich komplett das Gegenteilig. Da habe ich gesagt, ja, Purpur ist was für Mädchen, geht weg. Wir müssen Karmesin nehmen, wir sind Männer, zack. Hier müsste der Mann ja eigentlich das Blaue nehmen und die Mädchen nehmen das Rosane. Aber irgendwie finde ich Perl hier schöner, anspruchsvoller. Würde ich mich für Perl entscheiden, egal wie der Inhalt ist, schon alleine, um diese Medaille dann in meinem Inventar zu haben und nicht die andere, weil mir die gefällt. So, was haben wir hier? Folgende Pokémon erscheinen in Raid-Kämpfen. In Raids der Stufe 5 habt ihr Dialga und Palkia. Sind beide ganz cool, können beide shiny sein natürlich. Ist Dialga an sich ja eigentlich nützlicher, sage ich dazu, aber joa. Dann haben wir in Raids der Stufe 3, Shelterra, Panferno, Impolion. Ja, finde ich alle drei jetzt nicht so. In den Stufe 1 Raids, Shelterra, Panflam, Plinfa, also die Ausgangssituation. Ich glaube, die Leute werden, wenn sie irgendwas raiden, sowieso dann eher auf die Fünfer gehen. Ich hatte mein Palkia Dialga als 100%iger auf 50 gezogen. Jetzt würde ich trotzdem eher auf Dialga als auf Palkia gehen, dass ich vielleicht doch irgendwann mal in der Meisterliga vielleicht bei der GBL ein bisschen was machen kann, wenn ich mir irgendein schäbiges Dialga zurechtlege, mit dem man was machen kann. Ich muss mein Meisterliga-Team wieder zusammenkriegen. Das ist bestimmt eine gute Sache. Was haben wir sonst noch? Besonders wilde Pokémon erscheinen. Ihr habt hier verschiedene Habitade aufgelistet. Habitat, geschäftige Promenade. Wir haben einen Pikachu mit Lucius-Kappe und eins mit Lucius-Hut. Dann haben wir Magdithilo, Porygon, Trassla, Plinfa, Staralili, Biditsa, Burmi, Barmelin, Schalellos, östlich und westlich, Driftlon, Shamian und Phineon. Hier steht auch noch und weitere Pokémon. Also das sind noch nicht alle. Dann haben wir Habitat, historischer Hain, Tangela, Evoli, Traunfugil, Nasgnet, Roselia, Shellas, Zepurze, Burmi, Vadribie, Kikugi, Bronzel. Habitat, giftige Ausgrabungsstätten, Pikachu mit Lucius-Kappe und Lucius-Hut. Dann Griffel, Janmas, Gorakla, Zwirlig, Scheinux, Kognodon, Schilderus, Burmi, Skungapu, Kaumalat, Hippopotas, Pionscora, Glibungel. Und bei Geothermale, Lagune, Schlurb, Rihorn, Magma, Evoli, Togeti, Kramurks, Quikel, Schnepke, Panflam, Haspiror, Schneebedeck. Warum sind bei Promenade und bei Ausgrabungsstätten die zwei Pikachus drin, bei historischer Hain und geothermale Lagune nicht? Ich kenne das nur, dass sie gefühlt in allen vier Habitaten drin sind und ihr die bekommen können. Wieso sind jetzt hier nur an zwei geheftet? Hm, was finde ich denn aber für Pokémon gut, wenn ich die hier sehe? Also für mich persönlich und meinem Free-to-Play-Account, auf dem Main hätte ich gesagt, die Pikachus sind neu, muss sie haben, unbedingt für die Sammlung, bla bla bla. Free-to-Play-Account, muss sie umdenken. Magnetilo, Magnezone ist stark, ist nützlich, würde ich auf Magnetilo Bonbons sammeln. Trassler würde ich mitnehmen, Bonbons sammeln. Und dann war es das für mich in diesem Habitat. Das sind für mich die zwei sinnvollsten, stärksten Pokémon, die ich für mich als Free-to-Play-Spieler dann nutzen möchte. Historischer Hain. Habe ich Roselia als Rosarade, finde ich sehr gut als Pflanzenangreifer und ja, das war's. Mehr habe ich hier gar nicht drin. Also finde ich, glaube ich, Promenade besser. Giftige Ausgrabungsstätte. Hier sehe ich Cognodon, der richtig krass ist, genauso wie Kaumalad, der richtig krass ist. Also hier auch wieder zwei, die ich sehr nützlich und stark empfinde. Der Rest. Der Rest ist halt der Rest. Wir gucken jetzt nicht auf PvP-Sachen. Und in der Lagune habe ich Rihorn drin, ich habe Toggetik drin, ich habe Quiekel drin, ich habe Kramurks drin. Also gefühlt sind hier schon mal vier Pokémon. Lagune müsste für mich gesehen also das stärkste Habitat sein. Rauch. Was begegnet uns im Rauch? Icognito im Buchstaben H-I-N-O-S. Die also dann Sino bilden. Können alle Shinies sein. Die folgenden Pokémon erscheinen häufiger während des Events, während des Events Rauch. Wenn ihr während des Events Rauch verwendet. Liest doch einfach mal, was da steht. Ja, hm. Ist da jetzt was Neues dabei? Ich glaube, die gab es vorher auch schon alle. Wenn mich nicht alles täuscht. Wüsste gerade nicht, ob da jetzt Neues dabei ist. Aber ja, der Habanero hat sowieso keins. Deswegen ist auch wieder Wurscht. Was haben wir in den Eiern? In den Eiern. In den 2 Kilometer Eiern. Knospi, Klingplim, Mobei, Pantimimi, Vonera, Mamfaxo, Riolu, Mantirps. Die Shiny-Jäger schlagen zu. Riolu ist genial. Ist nützlich. Nochmal auch Bonbons zu sammeln und so weiter. Klingplim als Shiny gab es bisher, glaube ich, nicht. Müsste jetzt also hier neu drin sein. Alle anderen müssten es schon gegeben haben. Also neu Klingplim als Shiny dann auch mit dem Sino-Event verfügbar. Riolu für mich aber das Stärkste aus den 2 Kilometer Eiern. 5 Kilometer Eier. Skungapun, Kaumalat und mehr. Kaumalat, mein Favorit hier. Und 10 Kilometer Eier. Pachirisu, Plaudergei, wenn du Fliebis. Ihr wisst auch, die Regionalen sind dann zu so einem Event verfügbar. Für alles und jeden. Und können auch Shiny gebrütet werden. Das wären wieder die Ziele gewesen vom Main-Account. Der Free-to-Play-Account, der hat ja keine Kohle. Der kann nicht aufladen. Der wird also keine Eier großartig brüten. Die Pokédex-Einträge kannst du dir zur Not jetzt ertauschen bei dem. Ansonsten sind die 3 auch alle nicht wirklich nützlich. Glaube ich. Pachirisu ist süß. Plaudergei ist cool. Wenn du Fliebis ist der Boss. Aber 10 Kilometer Eier sind mir jetzt eigentlich wurscht. Ich würde mich eher freuen über Riolu. Dass ich mein Dukari ein bisschen pushen kann noch. Und vielleicht noch weiter Kaumalat Bonbons machen. Boni und Inhalte generell für alle Trainer. Zwischen 10 und 18 Uhr gelten die folgenden Boni. Halbierte Schlüpfdistanz. Bis zu 6 Spezialtausche pro Tag. Und halbierte Sternstaubkosten beim Tauschen. Das ist gut. 6 Spezialtausches. Da kann ich mein Pokédex wieder vervollständigen. Muss ich mal gucken. Muss Pupsi alle Pokémon abluchsen. Und das war es. Das war es. Das waren die Infos jetzt. Also ihr habt ein paar coole 5er Rates. Wo ihr euch entscheiden könnt, was ihr machen könnt. Und ihr könnt da ein bisschen was wählen. Ihr könnt in den Habitaten rumwühlen. Alle restlichen Sinopokémon werden also dann als Shiny verfügbar sein. Ihr habt wieder die Icognito Buchstaben. Ihr könnt Eier brüten. Ihr könnt also eigentlich trotz kostenlos ohne Ticket viel Spaß haben. Und zwei coole Tage an einem schönen Wochenende. Wenn das aber Wochenende ist, müsst ihr aber. Was sind eure Ziele zur Sinotour? Worauf freut ihr euch am meisten? Und ja, ist Februar. Ob man das mal nutzt und woanders spielt? So wie man schon mal nach Gera gefahren ist. Und hat dort eine Tour gespielt. Zusammen mit Thomas und Genaya und Andrea. Ist das Zeit? Dann ist es ja dann... Muss man mal gucken. Also es würde mich schon reizen, mal zu so einem besonderen Event irgendwo hinzugehen. Und da zusammen mit jemandem zu spielen und sich zu treffen. Als immer nur zu Hause die gleichen vier Wände zu sehen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und schreibt mal rein, was sind eure Ziele? Wo werdet ihr spielen? Habt ihr Bock? Und mit wem werdet ihr spielen? Ciao.